Wir wollen uns nun mit den ersten Aspekten der Energiedatenanalyse beschäftigen, und zwar mit dem Sortieren von Energiedaten. Wir haben hier wieder unsere Energiedatei, Link in der Videobeschreibung. Also die Energieproduktionsdaten der Onshore-Windenergieanlagen, Photovoltaik, Steinkohlekraftwerk und der Erdgaskraftwerke in Deutschland in 2022. Und so ein erster typischer Schritt bei der Energiedatenanalyse ist es, die Daten zu sortieren von groß nach klein. Die sogenannte sortierte Dauerlinie, die sortierte Jahresdauerlinie, wenn wir Daten aus dem ganzen Jahr haben, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie diese Daten verteilt sind. Das ist ein wichtiger erster Analyse-Schritt. Wie machen wir das jetzt hier mit diesen Daten? Der erste ganz einfache Schritt ist, wir markieren die Spalte, die wir sortieren wollen und können dann hier auf der rechten Seite sortieren und filtern. Das heißt, ich kann hier aufsteigend oder absteigend sortieren. Wir wollen die Daten absteigend sortieren. Das ist immer der Weg bei den sortierten Dauerlinien von groß nach klein. Wenn wir darauf klicken, merkt Excel, es gibt neben der markierten Spalte noch weitere Spalten. Das ist die Frage, wollen wir die auch sortieren oder wollen wir nur bei dieser Spalte bleiben? Wir klicken jetzt hier mal auf nur sortieren und stellen dann fest, er hat jetzt hier die Werte sortiert von groß nach klein. Also von den 43,8 Gigawattstunden runter bis 174 Megawattstunden. Die anderen Spalten, wie man sieht, sind unverändert. Das Problem ist jetzt hier, wenn man die Reihenfolge verändert, also auch das Datum hat sich natürlich nicht mit verändert. Das ist eine Sache, das wollen wir so natürlich erstmal nicht haben. Wir machen das nochmal rückgängig und machen das jetzt mit Funktionen. Da gibt es zwei Wege. Fangen wir mal an mit der ersten Funktion sortieren. Damit können wir jetzt eine ganze Matrix sortieren. Also wir geben jetzt hier, wie auch hier in der Hilfe dargestellt, erstmal die Matrix an. Wir markieren jetzt ruhig mal hier die ganze Matrix, also B bis E, nur die Daten, die wir sortieren wollen. Haben jetzt also alle markiert. Semikolon. Ich scrolle nochmal nach oben, damit wir unsere Funktion wieder sehen. Also hier oben haben wir sie auch nochmal in der Kommandozeile. Dann als zweiten Parameter eine Zahl, die die Zeil- oder Spaltennummer angibt, nach der sortiert werden soll. Wir wollen jetzt nach der Windenergie sortieren. Also gehen wir die 1 an. Und dann ist die Frage, wollen wir jetzt aufsteigend Ascending oder absteigend Descending sortieren? Wir wollen von groß nach klein. Also machen wir hier eine minus 1 und schließen die Funktion ab. Und stellen dann fest, er hat jetzt hier diese Daten aus dieser Tabelle genommen. Hat sie jetzt sortiert nach der Größe der Spalte B, also der Wind und Schuss, das können wir vielleicht mal oben drüber nochmal schreiben. Und hat jetzt aber die Daten der anderen Spalten entsprechend mit sortiert. Das heißt, also diese Spalte finden wir entsprechend auch hier in dieser Tabelle wieder. Das heißt, die anderen Spalten sind natürlich jetzt nicht sortiert, sondern wir haben jetzt nur nach dieser Spalte Wind und Shore sortiert. Wir können das jetzt nochmal ändern, indem wir sagen, wir möchten das nicht nach der Windenergie, sondern vielleicht nach der Steinkohle. Das wäre die dritte Spalte, also machen wir eine 3. Und dann sortiert er halt die Daten nach der Steinkohle-Spalte. Das ist ein sehr schneller, sehr eleganter Weg, um ganze Matrizen dynamisch zu sortieren, um dann einen ersten Einblick zu bekommen, um sich diese Daten dann genauer anzusehen. Machen wir gleich, aber ich will jetzt noch das zweite Beispiel oder die zweite Funktion noch einführen. Also das ist jetzt ein Weg mit der Funktion, ich schreibe es nochmal rechts daneben, sortieren. Das ist die entsprechende Funktion, die hat aber auch ein paar Einschränkungen, sie sortiert immer einen ganzen Block. Das ist jetzt eine Sache, häufig möchte man dann doch noch etwas tiefer einsteigen. Und das möchte ich jetzt nochmal zeigen mit der nächsten Funktion, die es dazu gibt, die etwas flexibler ist, aber auch nicht ganz so effizient in der Performance, also was jetzt so die Rechenpower angeht. Ich schiebe das hier mal nach rechts, dass wir das weg haben. Und zwar gibt es noch die Funktion, ich schreibe es mal oben drüber, k größte. Im englischen large, diese Funktion, ich öffne sie mal oder starte sie mal, gibt den k größten Wert einer Datengruppe wieder. Das heißt, also ich habe jetzt wieder eine Matrix und sage dann mit dem Index k, den wieviel größten Wert möchte ich haben. Also 1 ist der größte, 2 ist der zweitgrößte, 3 ist der drittgrößte und so weiter. Damit kann ich natürlich auch sortieren, ich brauche natürlich nur eine Reihe oder eine Liste mit Zahlen. Das müssen wir einmal vorbereiten, also wir sagen hier 1, 2, 3, das sind also jetzt quasi unsere Stunden. Da, das hat er jetzt nicht gemacht. Wir markieren die, doppelklick, haben jetzt also hier unsere Stundenwerte, Stunden. Und schieben die vielleicht mal 1 nach rechts, damit wir hier eine kleine Trennung haben. Nein, ich möchte nichts suchen. Also ich wollte diese Tabelle mir angucken, 8760, die Anzahl der Stunden eines Jahres, wenn es kein Schaltjahr ist. Prima. Gut, und jetzt wollen wir die Sortierung sortieren mit dem Begriff, und ich schaue vielleicht mal drüber, damit wir das richtig haben, K größte, das ist jetzt die Funktion A, also K größte. Ich markiere meine Matrix, das sind diese Daten hier, von B2 bis B8761. Ich mache jetzt auch hier wieder, wie wir das schon kennen, die Dollarzeichen. Das geht ja auf dem Windows-Rechner mit der Funktionstaste F4, um dann diese Dollarzeichen zu ergänzen. Kommando T auf einem Mac-Rechner, aber hier in der Web-Version ist es wie in Windows, obwohl es ein Mac-Rechner ist, auf dem ich arbeite. Also da ist es dann auch die Funktionstaste F4, um diese Fixierung der Spalten zu bekommen. So, und als zweites brauche ich jetzt, wir müssen nochmal einmal hochscrollen, der springt leider dann immer runter. Ich muss jetzt sagen, den wieviel größten Wert möchte ich haben? Und zwar den erstgrößten, also G2. Ich schließe ab und habe jetzt hier den größten Wert aus meiner Spalte. Wir können das vielleicht hier nochmal einmal überprüfen. Wenn wir hier nochmal bei unserem Sortieren auf 1 klicken, das hier entsprechend ändern, sehen wir, das ist jetzt der größte Wert. So, und das ziehen wir jetzt runter. Da sieht man, es dauert jetzt ein bisschen. Das Sortieren ist nicht sonderlich effektiv. Aber wir sehen jetzt hier, er hat jetzt hier zum Beispiel in dieser Zeile den 15 größten Wert, 41.701 Megawattstunden. Das entspricht auch hier diesem Wert, also das können wir direkt kontrollieren. Und haben jetzt hiermit eine sortierte Jahresdauerlinie produziert. Das ist wirklich ganz praktisch, weil wir darüber jetzt direkt Zugriff haben auf diese Sortierung. Wie gesagt, das ist nicht so schnell. Wenn man mehrere von solchen sortierten Daten hat, kann es sein, dass es da zu entsprechenden Verzögerungen kommt, weil er halt jedes Mal, das ist das Problem in Excel, jedes Mal neu rechnet im Hintergrund. Und wir können uns diese sortierte Jahresdauerlinie auch nochmal einmal ansehen. Wir markieren sie. Ich springe nochmal einmal nach oben und füge mal ein Diagramm ein. Wir nehmen mal hier so ein Liniendiagramm, das hat er jetzt zwar eingeführt, aber ich wollte diese zweite Datenreihe gar nicht haben. Also man kann das nochmal neu einfügen. Nur ein schnelles Diagramm. Also das ist jetzt die sortierte Jahresdauerlinie. Ich mache es mal etwas größer, so sieht die dann aus. Wir beschäftigen uns dann noch demnächst mit Diagrammen in einer anderen Folge. Ich will jetzt hier noch einmal kurz zeigen, wie diese sortierte Jahresdauerlinie aussieht. Also von groß nach klein. Der größte Wert ist vorne, der kleinste Wert ist hinten. Was ist jetzt die Bedeutung dieser sortierten Jahresdauerlinie? Wir haben jetzt hier zum Beispiel ungefähr bei 3000. Das ist hier unten auf der X-Achse. Das sind ja die Stunden. Können wir vielleicht mal die Schriftart. Wir lassen es jetzt erstmal. Also hier bei 3000 Stunden, da sind wir so ungefähr bei 12,5 Gigawattstunden. Das heißt also, 3000 Stunden im Jahr liegen oder produzieren die Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland mindestens 12,5 Gigawattstunden. Das ist die Bedeutung dieser Zahlen. Die größten Werte hier vorne, also bei 1000 Stunden, sind wir so bei ungefähr 24 Gigawattstunden oder 24 Gigawattstunden, weil es ja Stundenwerte sind. Das heißt, wir können hier sehr leicht von Leistung und Energie hin und her springen. Also 1000 Stunden im Jahr haben wir mindestens eine Leistung von, hier sind es jetzt halt 24 Gigawattstunden, die in einer Stunde produziert werden. Das ist die Bedeutung. Man kann jetzt hier noch die sogenannte Grund- und Spitzenlast identifizieren. Also die Spitzenlast, also wir haben hier die Maximallast. Die Spitzenlast ist typischerweise der Wert zwei Drittel hiervon. Der müsste ungefähr hier liegen. Können wir gleich mal einmal noch, können wir gleich mal ausrechnen hier. Also, wenn wir mal sagen, was ist denn zwei Drittel vom Maximalwert? Da sind wir bei ungefähr 30 Gigawattstunden, 29,2. Das heißt, da liegen wir ungefähr hier. Das heißt, wir haben nur die Spitzenlast, so ist sie definiert. Ich schreibe es mal daneben, Spitzenlast. Oder, das ist jetzt Last halt bei dem Verbrauch, ansonsten die Spitzenproduktion. Und dann gibt es noch die Grundlast oder die Diskussion mit den Grundlastkraftwerken. Kann Photovoltaik, kann Windenergie Grundlast bereitstellen? Das können eigentlich nur die Dampfkraftwerke wie Stein, Kohle, Braunkohle oder Kernkraft. Ist so nicht ganz richtig, aber wollen wir uns jetzt hier gar nicht weitergehend angucken. Die Grundlast ist, also ich schreibe hier nochmal zu, das ist ungefähr zwei Drittel der Maximallast. Und die Grundlast, das ist die Last, die ungefähr 6.000 Stunden pro Jahr anliegt. Beziehungsweise zwei Drittel des Gesamtintervalls. Also zwei Drittel heißt, zwei Drittel mal 8.760 Stunden sind 5.840. So wird es typischerweise, ich schiebe das hier mal rechts, nach rechts, definiert, dass man sagt, also zwei Drittel des Gesamtintervalls. In dem Jahr, im Zeitraum haben wir jetzt ja ein Jahr, 8.760 Stunden, davon zwei Drittel. Wenn das anliegt, dann haben wir eine Grundlast. Das liegt also irgendwo hier bei 5 Megawattstunden, äh 5 Gigawattstunden oder 5.000 Megawattstunden, da sind wir ungefähr hier vorne. Diesen Wert können wir jetzt aber auch genau bestimmen, indem wir nämlich jetzt hier diese k-größte Funktion verwenden und sagen, wann haben wir denn diese Stunde erreicht? Also wann haben wir denn 5.840? Das können wir jetzt ja sagen, also ich möchte hier diesen Wert, ich nehme mal diese Funktion, kopiere sie mir, kopiere sie hier rein und sage, ich möchte jetzt nicht den Wert G3, sondern diesen Wert hier haben. Das heißt, da wären wir jetzt bei 5.190 Megawattstunden, das ist die Grundlast. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, jetzt habe ich hier ein bisschen unsauber, 6.000, hier 5.840. In der pragmatischen Anwendung nimmt man jetzt hier nicht diesen etwas krummen Wert von 5.840, sondern man sagt eigentlich 6.000 Stunden im Jahr soll die Grundlast anliegen. Na gut, auch das können wir hier machen, indem wir hier diese Funktion verändern und sagen, wie nehme ich K6, sondern wir schreiben hier 6.000 Stunden rein und sind dann bei, ändert sich der Wert minimal, sind wir bei knapp 5 Gigawattstunden, die in einer Stunde anliegen. Das ist also dann die Grundlast. Wir sind hier unten irgendwo in dem Bereich, dass diese beiden Werte sind jetzt keine genormten Werte oder keine Standards in der Energiewirtschaft. Das sind so Erfahrungswerte, typische Werte. Das funktioniert auch nicht für alle Kraftwerksarten. Denn wenn wir das jetzt hier machen für die Photovoltaik, sieht es anders aus. Wir können das ja hier mal machen, indem wir jetzt hier dieses K größte mal definieren für C. Also wir ändern jetzt einfach hier unsere Spalte von B auf C. Dann sind wir in der Photovoltaik-Spalte, machen das, müssen natürlich dann hier das entsprechend überall einmal runterziehen. Das dauert jetzt ein bisschen. So, und sehen jetzt hier also, unsere Kurve sieht jetzt anders aus, deutlich steiler abfallen. Und irgendwann sind wir bei 0, was einfach daran liegt, dass die Photovoltaik natürlich nachts logischerweise keinen Strom produziert. Wir müssen hier auch nochmal einmal das ändern. Wir klicken hier nochmal doppelt auf die Funktion. Auch hier können wir mit der Maus, man sieht das hier, ändert sich das hier zu einem kleinen Handschuh, das rüberziehen. Dann können wir den markierten Bereich verändern. Haben hier dann eine 0. Ja, das heißt, Photovoltaik ist nicht grundlastfähig. Grundlastfähig ist das auch keine Überraschung. Die 6000er, da sind wir hier bei einer 0. Also Photovoltaik ist keine grundlastfähige Energieerzeugungsart. Ist jetzt auch nicht überraschend. Das ist ein sehr steil abfallender Verlauf. Na, und so kann man jetzt mit den Daten ein bisschen rumspielen, sich bei der Steinkohle nochmal ansehen. Und auch bei den Erdgaskraftwerken und so eine erste, schon tiefer gehende Analyse durchführen. Mithilfe der Funktion, und da ist diese Funktion tatsächlich die stärkere der beiden Funktionen, nämlich die k-größte, in Englisch nämlich gesagt large, um Energiedaten nach der Größe zu sortieren und auch spezifische Daten rauszupicken. Mithilfe der Funktion